Hallo, ich habe heute mal wieder einen Buchtipp für euch und sage zu Anfang direkt, dass ich nicht ganz gesund bin. Also wenn es meine Stimme komisch anhört, entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. Ich kann es irgendwie nicht so richtig einschätzen. Ich habe gerade schon ein anderes Video gedreht, in dem ich auch diese ganze Erklärung vorgebracht habe und dann ist mir aufgefallen, dass dieses Video zuerst online kommen wird. Also es ist irgendwie Quatsch. Aber vielleicht guckt ihr ja auch nicht beide Videos und dann habt ihr immer die spannende Information, dass ich ein bisschen krank bin. Nun ja, ich möchte euch heute gerne einen Thriller empfehlen. Unser Schwesterherz von Christina Olsson, erschienen im Limes Verlag in einer Broschur und das Ganze hat um die 470 Seiten. Ist scheinbar ein Bestseller aus Schweden. Weiß nicht, so viel sagt einem das ja immer nicht, finde ich. Bestseller können ja vieles sein. Und ich hatte davon nicht wirklich was gehört, bis ich eine E-Mail vom Verlag bekommen habe und gefragt wurde, ob ich es gerne lesen möchte. Und es klang total spannend. Ich habe es jetzt eben als Rezensionsexemplar bekommen und bin sehr froh, dass es mir auch richtig gut gefallen hat. Habe aber tatsächlich ansonsten noch nichts davon gehört. Also von daher, spread the love, wenn ihr es lest und auch gut findet. Was ich nicht wusste, was ich erst gegen Ende des Buches dann so mitbekommen habe, als ich dachte, okay, Moment, wie will sie das Ganze jetzt irgendwie zu einem Ende führen, ist, dass dazu noch ein zweiter Band erscheinen wird. Ich glaube, das war es dann aber auch. Also das ist eine Dialogie, wenn ich es richtig verstanden habe und mehr Bücher kommen da auch nicht. Und die wird irgendwas mit Bruder heißen. Bruderliebe oder so. Erscheint im Juni, glaube ich, und werde ich dann auch auf jeden Fall lesen. Also, wir haben hier einen Staatsanwalt, einen Anwalt, Martin Brenner, der eines Tages Besuch bekommt in seinem Büro von einem jungen Mann, der ihn darum bittet, den Ruf seiner Schwester Sarah reinzuwaschen sozusagen, die für fünf Morde verurteilt wurde. Das an sich ist ja schon ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall und Martin Brenner, der Anwalt, hat mal im Radio dazu geäußert, dass es für ihn ein Traum wäre, ihre Verteidigung zu übernehmen, weil eine junge Frau, die fünf Menschen umbringt, das ist schon, ja, aufsehenerregend. Und dadurch kam ihr Bruder, habe ich das erwähnt, ihr Bruder auf die Idee, dass Martin ihm vielleicht helfen könnte und besucht ihn im Büro. Das Problem ist nur, dass Sarah mittlerweile tot ist. Und eigentlich hat Martin anfangs gar kein Interesse, den Fall zu übernehmen. Sie ist tot, das Ganze ist geklärt, es erscheint sehr, sehr offensichtlich, dass sie schuldig ist. Aber ihr könnt es euch denken, ansonsten gäbe es dieses Buch natürlich nicht. Er beginnt, ja, so ein bisschen zu recherchieren, sich nochmal mit dem Fall zu befassen und denkt, na, es schadet ja nicht, sich da nochmal ein wenig einzulesen. Und letzten Endes ist er natürlich voll drin. Also, wie schon gesagt, er ist Anwalt, kein Kommissar, das heißt, er übernimmt jetzt im Grunde keine polizeiliche Ermittlungsarbeit, sondern ermittelt so für sich, was ich gar nicht so schlecht finde. Das ist immer wieder ein bisschen was anderes. Und ja, schaut eben oder versucht herauszufinden, ob dieses Mädchen tatsächlich schuldig ist oder nicht. Viel mehr kann man dazu gar nicht sagen, weil es ein Bruder ist und ich euch natürlich nicht zu viel verraten möchte. Ich fand es jedenfalls wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Was ich an dem Ganzen schon mal sehr gerne mochte, war, dass Martin Brenner nicht die Art von Ermittler ist, die wir, wie ich finde, ihr könnt ja mal sagen, was ihr darüber denkt, mittlerweile gefühlt in so ziemlich jedem Thriller haben und erst recht in so ziemlich jedem skandinavischen Thriller, nämlich abgewrackt, dem Alkohol verfallen, hat seine Familie verloren, ist eigentlich total gefrustet, ist im Idealfall eigentlich auch gar nicht mehr bei der Polizei, sondern darf gar nicht mehr arbeiten, aber kriecht dann doch irgendwie aus seinem Loch und so. Das haben wir hier Gott sei Dank nicht. Fand ich total angenehm, weil so langsam aber sicher kann ich es halt echt nicht mehr hören. Und wenn ich in der Buchhandlung bin und einen Füller in die Hand nehme und schon wieder lese, ja hier der völlig versoffene, keine Ahnung, Kommissar so und so, dann habe ich eigentlich schon keine Lust mehr. Also es kann sein, dass mir dadurch auch ein bisschen was entgeht, aber mir reicht es langsam. Ich finde, ein Ermittler darf auch mal im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten sein. Es kann ja nur hilfreich sein. Ein Problem, das ich allerdings hatte mit, ich kann ja nicht sagen mit ihm als Ermittler, weil es eher eine Sache ist, die die Schriftstellerin betrifft, nämlich auch dazu gebracht hat, 4 statt 5 Sternen zu vergeben, ist, dass ich ihr die männliche Perspektive manchmal nicht so ganz abgenommen habe. Es waren immer nur so kleine Momente zum Glück, aber gerade wenn er über Frauen spricht zum Beispiel oder wenn er irgendwie so besonders männlich tut und so kam es eben bei mir rüber, dass er so tut, dann dachte ich, okay, das, also man merkt, dass es keinen Mann geschrieben hat und ich kann euch gar kein richtiges Beispiel nennen, aber es ist immer, ich weiß nicht, was wie, ja, so sind die Frauen halt so, weil du dir denkst, oh Mann, glaube ich dir nicht, nehme ich dir gerade nicht ab. Das ist mir schon manchmal so ein bisschen unangenehm aufgestoßen, aber es war jetzt nichts, was mir das Buch irgendwie zerstört hat. Also ich habe dann mal so vor mich hingegrinst und habe weiter gelesen, dann war es auch in Ordnung. Insgesamt war das Ganze sehr spannend. Es ist natürlich so, dass das, was mit so einem relativ kleinen Fall oder so einem kleinen Umkreis beginnt, wird dann natürlich zu einer immer größeren Nummer. Auch damit habe ich manchmal so meine Schwierigkeiten, weil ich denke, muss das denn immer sein, dass es sich dann rausstellt, dass da so ein riesen Ding dahinter steckt? Aber gut, das macht das Ganze natürlich auch spannend und interessant. Ich wollte immer weiterlesen. Ich habe den Thriller innerhalb kürzester Zeit durchgelesen, freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. Ich kann ihn euch absolut empfehlen. Es ist nichts hundertprozentig Neues, ehrlicherweise, aber sehr, sehr spannend, sehr gut geschrieben. Wie gesagt, der Ermittler war mal ein bisschen was anderes. Der Fall war interessant. Es gab auf jeden Fall viele überraschende Wendungen. Also wenn ihr mal wieder Lust auf einen schönen Thriller mit einem netten Ermittler habt, dann kann ich euch Schwesterherz auf jeden Fall ans Herz legen und hoffe, der zweite Band wird mir genauso gefallen. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Eine Rezension zu einem Thriller fällt irgendwie verdammt kurz aus, weil man nichts vom Inhalt verraten kann. Von daher kann ich mich nur jetzt schon verabschieden und sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!